Hallo und willkommen bei HardwareRat. In diesem Video das Update des 400 Euro Gaming Computers April 2017. Als Prozessor der Intel Pentium G4560 mit 2x3,5 Gigahertz. Er hat eine TDP von 54 Watt, eine integrierte Grafikeinheit. Er hat Hyperthreading, das deutet jeder Kern als zwei Threads, also ein theoretischer Quad-Core. Und er wird in der Boxversion geliefert, das bedeutet ein Kühler, ist schon dabei. Es ist wahrscheinlich zum Zocken derzeit die CPU mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und er sollte für Gamer die nächsten ein bis drei Jahre noch super durchhalten. Dazu als Mainboard das ASRock H110M DVS 3.0 mit dem Intel H110-Chip-Satz. Es hat USB 3, SATA 3, zwei DDR4-Ram-Bänke, Pisa Express 3.0, ein 5.1-Sound-Chip. Und am IO-Panel zweimal PS2, VGA und DVI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, zweimal USB 3, viermal USB 2, eine LAN-Buchse und drei 3,5 mm Klinken für den Sound. Und als Arbeitsspeicher 8 GB von Intenso. DDR4 2133 und CL15 sind normal schnell und 8 GB reichen derzeit für Gaming noch aus. Wenn irgendwann 8 GB nicht ausreichen, kann man natürlich jederzeit einen zweiten 8 GB-Riegel dazustecken, damit man 16 GB hat. Als Festplatte eine 1 TB von Toshiba. Sie gehört mit 7200 Umdrehungen und 3,5 Zoll zu den schnellsten Desktop-Festplatten. Und 1 TB soll für die meisten unter euch locker ausreichen. Und als Grafikkarte die 4 GB Pellet-Gefers GTX 1050 Ti. Sie ist dank dem sehr niedrigen Stromverbrauch eine ziemlich leise Grafikkarte. Sie hat als Anschlüsse für den Monitor einmal Displayport, einmal HDMI und einmal DVI. Und mit ihr sollte man so gut wie alle derzeitigen Spiele auf mindestens mittleren Einstellungen flüssig spielen können. Als Netzteil das 430 Watt Xilence Performance A+. Es ist ein Single-Rail DC-DC Netzteil mit 80 Plus Bronze. Und 430 Watt sind für den PC viel mehr als genug, man hat also noch Platz zum Aufrüsten. Und als Gehäuse das Sharkoon T3V. Es ist ein blau leuchtendes Gehäuse mit viel Platz für Komponenten. Außerdem ist ein 120mm Lüfter bereits vorinstalliert. Aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Das war's dann aber auch mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls die Zusammenstellung älter als 2 Monate alt ist, bitte in die Beschreibung schauen und auf den jeweiligen Link klicken. Diese führte ich immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.